Hallo Leute, ja wir hatten den Händler da, haben ein paar Dinge getauscht und müssten dann eigentlich gucken, dass wir was wir damit machen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da eine Waffe bei war, ich weiß gar nicht, ob da eine Waffe bei war, die wir gekauft haben, ich glaube nicht, aber uns fehlte in der Squad glaube ich auch noch eine Waffe, wir müssen mal gucken nach dem Logo, wie es da weitergeht. So, die Squad rufen wir mal auf, auswählen, equipped, da sieht irgendwie aus, als ob die alle gar nichts an hätten, ne? Also hier fehlt definitiv eine Waffe, ne? Jetzt habe ich Rechtsklick gemacht, das war vielleicht nicht so richtig, Details. Also 07 ist das. Keine Waffen Enter a name here, ne, das ist das alle nicht. New bodywear, new body, new shield, new weapon. Aber welche, welche Waffe haben wir, das ist die Frage, ne? Achso, ne, das brauchte ich nicht, das wollte ich machen. Wo haben wir denn Waffen, wo können wir das sehen, das ist die Frage, also definitiv im Amor Stand wahrscheinlich nicht, das ist ein Weapon Rack. Vielleicht müssten wir da mal einbauen, ne? Die Destille, also wir müssen mal gucken hier, Food haben wir, Drinks haben wir, Seeds haben wir, Meat. Wir müssten eigentlich unseren Record Keeper sagen, dass der das genauer machen muss, ne? Stellt sich nur die Frage, wo der Record Keeper gerade seinen Platz hat, ne? Das ist das nächste, ne? Wo waren hier die, Expeditions Leader, Manager, Broker, Nobles and Administrators, okay, das lassen wir gerade weg, das ist schon okay, der hat noch gar kein Büro, wa? So sieht's wohl aus. Da müssen wir noch was tun und, äh, ach der Book Keeper, Broker ist Quatsch, der Book Keeper, aber trotz alledem, der hat auch kein Büro. Alle haben kein Büro, Schief Medical Draft, da braucht keins, alle anderen brauchen eins und haben keins, ey, Expeditions Leader hat auch noch kein Büro. Jetzt ist die Frage, wo machst du das hin, ne? Hier haben wir, hier haben wir einen Shop, hier haben wir Felder, die bestimmtens auch, äh, dementsprechend auch bewertet werden. Würde es Sinn machen, hier sowas hinzubauen? Ich glaube nicht, ne? Hier soll ausgebaut werden. Green Zierkorn Cluster haben wir da, okay. Lass mal gerade laufen, damit die auch was machen, damit hier ausgebuddelt wird zum Beispiel. Die haben sich alle was zu trinken, glaubt, gerade geholt, oder? Ich glaube, wir können mal gerade hier und das ein bisschen verlängern. Und das machen wir auch mal länger. Jetzt ist die Frage, hier haben wir ja schon Eingang gemacht, in den Shop rein. Dann wäre da auch noch weitere, aber wollen wir da weitere machen? Ich glaube nicht. Wir gehen ja eher hier runter, ne? Äh, gute Frage, wie wir das Hand haben, ne? Hier geht's noch zu weit nach oben. Wir müssten hier noch gucken, ob wir hier noch erdreich finden, was, weil hier unten war ja schon ziemlich wenig, ne? Obwohl hier hinten sollen sie, ah, nee, da kommt noch fruchtbarer Boden, da können wir bestimmt noch was machen. Also, ich glaube, wir radieren mal hier die Mittellinie weg und öffnen das da und machen hier auf. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Das radieren wir auch wieder weg. Wir machen hier erstmal Räume. Na, da wäre es schon wieder falsch, weil... So, machen wir das mal. Und dann können wir hier den Record Keeper, den Book Records machen, da weiß ich wie jetzt heißt, könnte da einen Platz haben. Ist nur die Frage, wann das passiert, ne? Weil, wer fühlt gerade wo aus? Gefühlt niemand, ne? Die sind hier am trainieren, oder was? Squat, Schudull. Off-Duty. Monthly Orders. Die machen alle Off-Duty. Und wenn man da jetzt macht... Dann sitzen die da immer noch. Die sollen jetzt gerade nicht trainieren hier. Die sollen jetzt einfach arbeiten gehen. Ready. Aber Ready ist auch eigentlich falsch, oder? Die sind jeden Monat... Equipped. Eigentlich ist das alles richtig, oder? Kern Months ist Sunstone. Oder passiert das erst, wenn das wechselt hier? Aber wir hatten Off-Duty, ne? Oder? No Orders. Das wollen wir alles nicht. Stalker Training. Jetzt sind sie alle raus, ne? Ne, da. Der schläft, glaube. Ich glaube, haben wir es jetzt geschafft. Kann das sein? Ne. Oder? Der ist auch im Bett. Wird jetzt ausgehöhlt? Gute Frage, ne? Und wenn wo? Wo? Ah, hier sind auch zu viele Fässer drin, ne? Die holen sie aber alle was zu trinken hier raus, glaube ich. Hühnereier sind da drin, ne? Okay. Sweet Pot. Aber warum sind da Hühnereier drin? Was ist denn mit diesem Lager los? Was haben wir denn hier falsch gemacht? Food. Custom wäre vielleicht richtig. Und Food wäre nur Drinks, oder? Wo erlaube ich das denn jetzt hier? Das war jetzt fehlgeschlagen. Food. So, hier. All. Da kommt der ganze Wein rein. Bumblebee Meat, also Meat, brauchen wir nicht. Wir wollen da nur Getränke drin haben. Das ist schon mal richtig, oder? Das heißt, diese Eier müssen alle raus, oder? Das hier ist eine Distille. Da kann es ja nicht sein, dass wir hier... Das ist der Workshop. Haben wir überhaupt schon eine Küche? Ich glaube nicht, ne? Das war der Farmer, ne? Ja, ja. Craftstaffs Workshop, ist klar. Hier ist die Distille. Wir haben keine Küche. Die sollten wir vielleicht mal als erstes bauen, oder? Workshop. Kitchen. Stone Walker. Clothing. Workshop war schon richtig. Gibt es da noch mehr? Ne. Traps. Constructions. Ne. Workshop ist schon richtig. Ist denn eine Kippschen hinter Farming versteckt? Nein, oder? Noch tatsächlich. Ja, nimm das. Bauen die das schon? Ich glaube nicht, oder? Die laufen da zwar alle rum, aber ich weiß nicht, ob sie da was... Ah, da hat jetzt einer was weggenommen. Ah, da baut einer. Die Hunde beide passen hoffentlich auf, dass da nichts passiert. Keine Migranten. Die hauen ab. Da ist ein Rabbit erwachsen geworden. Da fehlen Samen, um das zu machen. So, dann haben wir hier eine Küche. Prepare easy meal. Das soll dauerhaft passieren. Und dafür sollten wir ein Stockpile haben, wo wir solche Dinge rein machen. Accept. Food. Ne, Custom. Food ist schon richtig. Das nicht. Und den will ich da auch nicht drinnen haben. None. Das möchte ich auch nicht da drinnen haben. Das möchte ich auch nicht da drinnen haben. Cheese kann da ruhig rein. Seeds. Sollen da auch nicht rein. Milk Plants. Fat. Paste. Extract Plants. Extract Mist. Liquid. Was ist das? Milk of Lime. Das haben wir hier noch drinnen. Ne, das will ich da auch nicht drinnen haben. Das hört sich schon eklig an. Öl und sowas, das brauchen wir hier auch nicht. Gepresste Honey Bee Wax Cake brauchen wir auch nicht. Pastenflex Seed Paste. Hemp Story. Ja, lass das mal da drinnen. Ich glaube, das ist schon gut ausgesucht so vielleicht. Und hier müssen wir auch noch einen Stockpile machen. Und den akzepten wir. Und da kommt Foodin, Custom Abba und None und den erlauben. Prepared Meals. Und dann All. Ich hoffe, das ist so richtig. Da hat einer was hingelegt, oder? Sind Eier? Fertige? Essen? Nein, ne? Food Stockpile. Biskuit. Okay. Ich glaube, das sieht erstmal gut aus. Ah! Da schau wir ja. Da baut einer was. Und da brauchen wir jetzt ein neues Lager. Und zwar hier für solche Craftsdorfs-Geschichten. Dafür haben wir das Lager ja gemacht. So, das heißt, neuer Stockpile. Da. Accept. Und... Finished Goods. Custom. Da könnte man nach Qualität machen, aber das erstmal alles glaube ich so lassen. Also Materials, Materialien sind erstmal egal. Masterwork. Ja, das lasst erstmal alles so. Finished Goods. Amnethist. Amnethist. So heißt das Ding. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Hat da schon einer was reingebracht? So, das muss man hier glaube. Ne. Ne, ist ein Zierkorn. Hier sind die Fässer schon ziemlich voll, ne? Hier ist zum Glück jetzt keiner drinnen mehr. Wie sieht es hier unten aus? Weitergebaut? Nein. Wo ist weitergebaut? Nirgendwo. Der hat nur hier ausgehoben eben. Oder hier hat er auch schon das weggemacht. So ein bisschen was hat er weggemacht, ne? Aber hier brauchen wir auch noch ein Lager. In der Kitchen, da gibt es erstmal was zu essen. Das ist erstmal gut. Aber wir haben überhaupt noch keinen Essensraum, ne? Wir haben hier diese Halle. Dining Room oder sowas. Aber, ne, das war ein Lager. Küche ist hier. Was liegt hier? Ah, shit. Einen erwischt da. Dimple Cup ist da drin. Okay, da sind Pilze auch drin. Na ja, die sollen da auch gemacht werden. Ne, die sollen da hin. Stopp. Der Stockpile muss bearbeitet werden. Use Stockpile. Futz. Futz. Sind hier die Dimple Cups dann drinne? Ne. D wie Dimple Cup. Dimple Cup, da ist er. Der soll da nicht rein. Plump Helmets, sind die da drinne? P. Ja. Was war denn da noch drinne? Was nicht rein sollte dann? Bitterwetch, Blackberry, Blade Weed. Blueberrybrush, Broadbean plant. Cabbage. Chickpea, Chicory, Cotton, Baumwollpflanze. Warum auch nicht rein machen? Eggplant. Eierbaum. Fisherberry. Flaxplant. Farney, Voxdale Garden. Geryl. Grapevine. Heartweed. Hamplant. Lesser Gemplant. Lesser Gemplant. Littisch. Long Gemplant. Ist da noch irgendwas, was wir jetzt zwar hier nicht reinstecken sollten? Pigtail, das brauchen wir glaube ich auch nicht. Frickleberry. Berrybush, ich glaube den auch nicht. Softweed. Sweet Pot, die brauchen wir auch nicht rein. Ich glaube das lassen wir so erstmal. Die Dimple Cups sind glaube ich auch schon raus. Was ist das hier? Copper Battle Axe. Die sollte lieber einer tragen, ne? Wieso ist da eine Copper Battle Axe drin? Da war kein Lager für. Aber warum ist da eine Kupfer Axe drin? Und da eine Battle Axe auch sogar. Die eine da vergessen? Wieso stehen da mehrere? Equiped. Hier, er müsste die doch nicht nehmen können, oder? Oh Mann. Equiped, ja. Details. New Weapon. Hier steht schon Battle Axe. Ah, jetzt ist da Battle Axe auch drin. Ich hoffe, das ist nur für den einen jetzt. Holt er sich die? Tierrist. Tierrist. Jetzt habe ich aus Versehen... in der Hintergrund geklickt und habe das Spiel zurückgesetzt. Ich hoffe, ihr hattet keinen Aussetzer da. Die Battle Axe ist weg. Hat Tierrist die jetzt? Nicht wirklich, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die gelandet ist. Backpack wäre auch cool, ne? Exakt Matches Only, auch sehr schön. New Bodyware, New Bodyware, Headware, Legware, Handware, Shield, wo kommen die Backpacks weg? Die sind hier, aber ich kann die hier nicht verstehen. Update Equipment. Warum hat der das immer noch nicht genommen? Und Schilde hat auch keiner. Und das ist hier schon drin, ne? Row, Horn, Slate, Row. Also, das ist jetzt nicht passend zu hier. Oh Mann. Schwierig, ne? Okay, wir gucken weiter erstmal hier. Ah, da ist schon ausgehöhlt jetzt. Und hier haben wir ein ganzes Fläche. Da können wir dann eine Structure machen. Workshop, Firming, Farmplot. Und das Ganze, so. Und dann? Ah, der muss erst gebaut werden. Aber hier lohnt es natürlich nicht, ne? Wäre natürlich auf der anderen Seite wieder besser wie gar nichts, ne? Lass uns mal gerade schauen. Und dann gehen wir hier unten weiter. Aber ein Durchgang wäre jetzt auch nicht schlecht. So ist es nicht, ne? War das 9, oder? Ich glaube schon, ne? So sieht es auch gut aus, oder? Das heißt, hier kommt noch einer hin. Und dann kommt hier ein Gang hin. Bis da. Und hier kommt ein Gang bis da. Hier machen wir wieder erstmal wegradieren. Und da können wir dann auch noch frei machen. Dann können die bis dahin erstmal graben. Und dann sehen wir weiter. Der hätte natürlich auch von da oben graben können, ne? Und dann machen wir hier noch weiter. Bis dahin. Dahin. Und dahin. Gucken wir mal. Was da hinter ist. So. Wird einer kommen und da arbeiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Da läuft einer schon so schnell runter. Macht er was? Ja, der pflanzt hier wahrscheinlich, ne? Construction nearly done. Okay. Plump helmets. Ich glaube, die brauchen wir, ne? Also, leaf fall. Plump helmets. Winter. Now spring. No seeds. Plump helmets. Zambar. Cape Weed. Quarry Bush. Ich mach mal noch Plump helmets. Weil ich glaube, Plump helmets war das, wo man bei mir draus machen, ne? Und das ist ein ganzes Feld. Das können wir grad schließen. Und er pflanzt schon die ersten Sachen. Kann das sein? Ja, sehr gut. So, hier könnte er noch weiter gegraben werden. Aber wer weiß, wo gegraben wird. Wahrscheinlich nach hier oben. Sehr schön. Das heißt, da oben können wir Constructions machen. Ne, Furniture war das. Der muss ein Table rein jeweils. Wenn ich jetzt, was gibt? Building After Placement. Das heißt, wir brauchen hier in hier. Und da sollen wir zwei Tische basteln. Das ist ja wohl sortiert nach Dingens. Zwei Tische. Und add new tasks, zwei Stühle. Chair. Chair, Chair da. Ne, das Bett ist immer da oben. Ich dachte, der letzte Task wäre da oben. Gut, er ist am Basteln. Das ist schon mal gut. Ich glaube, den ersten Tisch hat er schon fertig. Das heißt, wir können einen Furniture-Tisch da auch schon hinstellen. Der hat jetzt irgendeine Qualität erstmal. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Okay, der nächste Tisch ist noch nicht fertig. Aber irgendwas ist passiert. Das Spiel steht. Need Plum Permit Spawns. Need Unwotten Cookable Eatoms. Okay, das ist erledigt. Können wir jetzt nicht ändern. Der ist ein Expeditions Leader geworden. Da ist ein neues Winter. Das ist upcoming new. Okay. Und hier haben wir. You have struck Pyrolet. Da ist es okay. Ist das deswegen angehalten? Ich sehe keine anderen Informationen. Die Hunde haben auch keinen entdeckt. Dann lass weiterlaufen. Hat er Tische dran? Chestnut. Table. Tisch müsste jetzt fertig sein, oder? Und nochmal ein Mandel-Tisch. Mandel-Holz-Tisch. Und dann brauchen wir noch die Chairs. Die Stühle. Okay, der ist noch nicht fertig. Holz ist da wohl drin, aber mehr auch nicht. Ach, wir können noch zwei Türen machen, vielleicht. Können wir natürlich auch Stein machen, ne? Aber Stein haben wir noch nicht. Müssen wir auch noch machen. Wo ist denn Doris? ABCD, da. Noch eine Tür. Okay, hier ist schon mal fertig. So, und jetzt müssten wir da noch ein Ding ins machen. Eine Zone, ne? Okay, das könnte ich ja selber lesen, ne? Add new borough. Das. Farbe will ich nicht. Eins. Assigned. Und jetzt brauche ich den, der das, ja, wüssten wir nicht, dass ich das jetzt wüsste, ne? Ah, da ist schon der Bookkeeper. Okay. Passt das schon? Add new borough. Accept. Jetzt müssen wir den Chef noch finden. Expedition Leader, da ist er. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das Richtige ist, was ich gemacht habe. Wir können das aber unter Nobles wahrscheinlich nachgucken, ne? Chief Medical Dwarf, der Brawnix. Und die anderen? Ja, das war wohl falsch, ne? Gut, das heißt, wir kümmern uns in der nächsten Folge darum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Ja, genau, ne? Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Rechtserzündung fürs Zuschauen. Oh Gott, ist das heute schwierig. Falls euch die Folge gefallen hat, gib einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, klickt damit wir das nächste Video hoch. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.